Die Stadt Augsburg legt kurzfristig die Gasnetze in der gesamten Stadt lahm. Ihr habt richtig gehört. Die Situation eskaliert offensichtlich als allererstes in Augsburg, was wir schon lange prophezeit haben und in den letzten Wochen durch ein grünes Papier bestätigt wurde, dass man es verhindern möchte, dass das Heizungsgesetz beschlossen wurde und vielleicht durch die nächste Regierung rückgängig gemacht werden kann. Denn das würde nichts mehr bringen, wenn die Gasleitungen nicht mehr vorhanden sind. Wir gucken uns diese Situation genau an. Moin zusammen, mein Name ist Olli. Wenn du neu bist für kritischen Content, jetzt ein Abo dalassen. Und wieder einmal ein schönes Video mit dem tollen Hintergrund und New York City. Das wollte ich euch gerne mit reinnehmen. So und dementsprechend, die Bild hat mit Haus und Grund gesprochen. Die Bild hat mit den zuständigen Stellen in der Stadt Augsburg gesprochen und hat darüber berichtet. Zitat, Heizschock für Millionen Deutsche droht. Erste Großstadt will Gasnetz stilllegen. Und ja, es betrifft aber Millionen Deutsche. Wir haben ja circa, es waren irgendwas um plus minus 50 Prozent Haushalte in Deutschland, Häuser, Wohnungen etc., alles was dazu gehört, die abhängig sind vom Gas. Weil zum Beispiel die Heizung über Gas läuft, wie das so bei einer guten Heizung nun mal der Fall ist. Viele Leute sind im letzten Jahr noch hingegangen und dachten sich, Herr Habeck, so schnell kommst du mir nicht an mit der Wärmepumpe. Ich rüste noch schnell eine Gasheizung nach. Die Folge ist jetzt, vielleicht kannst du die in zehn Jahren schon nicht mehr benutzen. In Augsburg ist das wahrscheinlich Realität in zehn Jahren, dass du keine Heizung mit Gasbetrieben mehr nutzen kannst, weil das Gasnetz zurückgebaut wird. Absoluter Wahnsinn, was hier passiert, Leute. Und nennt mir mal in den Kommentaren bitte eine Stadt, egal wo auf der Welt, egal in welchem Land, sei es hier in Amerika oder sonst wo, die hingeht und ihr Gasnetz wirklich zurückbaut. Ich wage zu bezweifeln, dass es neben Deutschland ein Land gibt, wo das auch nur ansatzweise in Erwägung gezogen wird, weil es doch unsinnig ist. Jahrzehntelang war es eine saubere, eine sehr sichere, eine günstige Energie. Günstig in Deutschland in Anführungsstrichen, aber im Verhältnis. Und jetzt aber möchte man hingehen und dieses Netz zurückbauen. Ganz offensichtlich meiner Meinung nach, um sich dazu zu schützen, zumindest die grüne Politik, dass eine künftige Regierung das Heizungsgesetz rückgängig machen würde. Denn dann ist es passé. Überlegt euch mal diese Dreistigkeit. Die BILD berichtet jetzt hier, Augsburg sind knapp 300.000 Einwohner. Wir gucken uns gleich auch mal die Wahlergebnisse an. Möchte sein Gasnetz schrittweise stilllegen. Bereits in zehn Jahren sollen viele Haushalte kein Gas mehr erhalten. Ein Stadtwerkesprecher bestätigte BILD, man habe eine entsprechende Ankündigung an hunderte Firmen verschickt, betroffen aus auch großen Wohngesellschaften. Und klar, wir haben ja hier zwei betroffene Bereiche. Einmal sind die Privathaushalte und das sind die Firmen, die vom Gas abhängig sind. Und beispielsweise die Haushalte, die einmal auf der einen Seite natürlich damit heizen, mit dem Gas, und auf der anderen Seite vielleicht auch kochen. Das ist ja auch so ein Punkt. So, und dann wird einfach mal die Leitung gekappt und zurückgebaut. Dann kannst du dir erstmal eine neue Küche kaufen. Von mir aus nur eine neue, her, nur, kostet ja auch nicht viel. Wie funktioniert das denn bei der Küche dann? Da läuft ja, das sind drei oder vier Adern, ich habe es nicht ganz genau im Kopf. Und das heißt ja nicht Starkstrom, sondern Elektriker, schreibt es gerne mal in die Kommentare unten rein. Mir fehlt gerade der Begriff dafür. Also 300 irgendwas Volt, sorry, ich habe es nicht ad hoc im Kopf. Ist das in jedem Haushalt vorhanden? Oder muss dann vielleicht noch erst die Leitung dafür gelegt werden, weil vorher mit Gas gekocht wurde? Alles interessiert keinen, habe ich das Gefühl. Und schon mal gar nicht die grünen Politiker. Ja, und das Ganze geht dann hier nämlich weiter. Das hatten einige von euch mir auch zugeschickt. Das ist das sogenannte Green Paper Transformation oder Transformation. Gas-Wasserstoff-Verteilernetze. Ist vom 14. März. Und da sind so einige Sachen drin formuliert, wie das Ganze aussehen und ablaufen wird in den nächsten Jahren. Und es wird halt wirklich heftig. Es wird heftig. Aber wir haben ja dann noch die zweite Situation. Das sind die Firmen. Die Firmen, die betroffen sind, die mit Gas produzieren, die werden nicht mehr mit Gas produzieren. Wie wollen die dann produzieren? Können die sich eine riesengroße Wärmepumpe dafür leisten? Ist das mit der Produktion umsetzbar? Wollen die auf Wasserstoff umwendeln oder sonst was? Das sind alles Fragen, die sind nicht geklärt. Man zäumt das Pferd wieder mal von hinten auf, wie es so schön heißt. Und das ist schwachsinnig. Wenn man hingehen würde und würde wirklich, setz mir jetzt mal voraus, Gas wäre jetzt schlecht, sehe ich wirklich gänzlich anders und man sollte das loswerden. Sehe ich auch anders. Aber gut. Nehmen wir an, das wäre jetzt der Punkt. Dann müsste man doch hingehen und sagen, okay, wir haben diese Bedarfe, wir haben so viele Leute, Privathaushalte, Firmen und so weiter. Wir haben diese Alternativmöglichkeiten. Der Ausbau der Alternativmöglichkeiten dauert diese Zeit, das schaffen wir in dem Bereich und danach können wir hingehen und die Abschaltung durchführen. Hier macht man es andersrum. Und das wird vielen auf die Füße fallen. Sondern heißt sie, Augsburgs Plan ist ein Doppelhammer für Haushalte mit Gasheizung. Sie sollen bereits 2035 auf Gas verzichten. Zehn Jahre früher, als das Heizgesetz vorsieht. Und selbst der Einbau einer neuen wasserstofftauglichen Gasheizung bringt nichts. Und das muss man sich mal reinziehen. Dann sind wir wieder mal komplett nach Strichenfaden belogen und betrogen worden, wenn das wirklich so kommt. Und das wird es natürlich kommen. Das wissen wir doch alle. Denn es wurde doch im Sommer als, ja, ich sag mal, wie war es, als Einschränkung oder ähnliches uns vorgegaukelt, dass es hieß, ja, ja, aber wenn das mit dem Wasserstoffnetz ist. Da habe ich ja schon gesagt, es gibt kein Wasserstoffnetz. Es wird keines geben. Das ist viel zu teuer zum Ausbauen. Es ist nicht die Versorgung gegeben etc. Man hat noch nicht die perfekten Heizungen dafür, um damit zu heizen und so weiter und so fort. Absoluter Wahnsinn. Und offensichtlich wird das in Augsburg zumindest auch gar nicht passieren. Interessiert keinen. Das war's. Daran sieht man mal, wie man über den Tisch gezogen wird. Und jetzt kann man natürlich argumentieren, ja, in zehn Jahren, Olli, sind ganz viele Heizungen ja auch kaputt. Wer im letzten Jahr eine Heizung eingebaut hat, ist gelackt. Das heißt, in zehn Jahren kannst du eine neue kaufen. Das ist absoluter Wahnsinn. Genauso, wenn man auch sagt, ja, so 30 Jahre, danach heißt ja es im Gebäudeenergiegesetz, im GEG, dass die Heizungen ausgetauscht werden müssen. Auch wenn sie nicht kaputt sind. Ja, sehr, sehr sinnvoll. Und dementsprechend, wenn man von so einer 30-jährigen Laufzeit der Heizung ausgeht, die Leute, die in Augsburg vor, machen wir mal, 2020 eine neue Heizung installiert haben, die dürften und könnten ja eigentlich bis 2050 die Heizung laufen lassen. Das würde nicht gehen. Die werden nach 15 Jahren eine neue Heizung kaufen müssen. Das ist halt wirklich eine absolute Frechheit, wenn man sich das mal reinzieht. Absoluter Wahnsinn. Und dann heißt es hier, Habeck erwartet laut Strategiepapier, dass, Zitat, Gasverteilernetze für die bisherige Erdgasversorgung in der derzeitigen Form und Umfang nicht mehr benötigt werden. Ja, klar, wenn man alles abbaut, das ist halt absoluter Wahnsinn, wenn man unter Zwang stellt, eine neue Heizung einzubauen. Ja, ist halt schon krass. Die Stadtwerke im Verband VKU sagen dazu, es bestehe keine Planungssicherheit für Millionen Bürger. Laut VKU sind etliche Rahmenbedingungen noch offen und finale Entscheidungen für alle Netzbetreiber daher schwierig. Ja, ist ganz nett ausgerückt dafür, dass das der absolute Super-GAU ist. Das Agora-Energiewende sagt im letzten Jahr bereits, Zitat, für über 90% der bestehenden Gasverteilernetze absehbar keine Veränderung mehr besteht. Super. Also man kann sich auch nicht davor, ja, auch rausreden, so ist es richtig gesagt. Das habe ich jetzt nicht geahnt, das habe ich nicht gewusst. Lass mal gerne ein Abo da, ich berichte genau über diese Themen hier. Von Haus und Grund, der Präsident Warnecke sagt dazu zur Bild, Augsburg macht, was wir in Zukunft in ganz vielen Städten sehen werden. Dabei müssen Eigentümer doch wissen, womit sie künftig heizen können. Nicht, was nicht mehr geht. Das schafft wieder massive Verunsicherung. Ja, Leute, das ist genau die Situation, die wir bekommen werden. Es ist wirklich der Super-GAU. Und ich habe ja gesagt, wir gucken uns mal an, wie das Ganze wahltechnisch in Augsburg aussah in den letzten Wahlen. Also wir haben hier einen Stadtrat, das mal nebenbei gesagt. Wir haben einen Stadtrat, wir haben eine Bürgermeister, fangen wir damit an, die ist von der CSU. Wir haben auf der anderen Seite einen Stadtrat, der sich zusammensetzt aus 61 Mitgliedern. 14 davon sind von den Grünen, 14 von 61. Wie wollen die das denn rechtlich durchsetzen? Hier müssen Gerichte aktiv werden. Das nur nebenbei. Und wie kommen die Grünen hier auf so viele Stadtratsämter? Wir sehen zum Beispiel bei den Landtagswahlen in Bayern 2023 waren die Grünen hier, guckt euch diesen dicken, fetten, grünen Balken an, tatsächlich auf dem zweiten Platz, direkt nach der CSU. Wir sehen das ebenfalls auch in dem zweiten, in Augsburg, Süd und West ist das, nee, Ost und West wird unterteilt hier. Es ist die Grünen ebenfalls so stark, knapp 20 Prozent. Wir sehen auch, Bezirkswahl 2023 hat hier in den ersten Stimmen die Grüne 20 Prozent erzielt. Wie gewählt, wie bestellt, wie gewählt, so geliefert, so um ist es richtig, ne? Ja, offensichtlich ist es das, was die Bürger dort gewählt haben und haben möchten. Jetzt kriegt ihr es. Also Augsburger, beschwert euch nicht. So leid es mir tut für diejenigen, die diese Parteien nicht gewählt haben. Schreibt jetzt eure Meinung in die Kommentare, abonniert den Kanal. Ich bin sehr gespannt. Bis zum nächsten und ciao.